Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Skorpion und Aszendent Skorpion. Willkommen zu Ihrem Horoskop vom 27. April bis 3. Mai. Liebe Skorpione, während der Mond an den ersten zwei Tagen dieser Woche im Zeichen Löwe fortschreitet, werden Ihre Verpflichtungen, Verantwortungen und Ihre Karriere Priorität für Sie haben. Etwas ernstere Energien werden für Sie in der Luft sein. Ab dem 28. wird der Mond in das Zeichen Jungfrau übergehen. Somit werden Sie sich ab Mitte der Woche etwas mehr Zeit für unterhaltsame und soziale Themen nehmen. Unternehmungen mit Freunden könnten an der Tagesordnung stehen. In dieser Woche wird es eine positive Position zwischen der im Zeichen Stier fortschreitenden Sonne und dem im Zeichen Fische fortschreitendem Neptun geben. Demnach werden Sie innerhalb sozialer Gesellschaft, in der Sie sich aufhalten, werden romantische Chancen bekommen. Bestehende Beziehungen könnten sich zum Positiven entwickeln und Momente, die Sie mit Ihrem Liebespartner verbringen, an Wärme und Leidenschaft gewinnen. Ab Mitte dieser Woche wird die Romantik ansteigen. Der Mond wird ab dem 30. in das Zeichen Waage übergehen und deutet darauf hin, dass Sie dieses Wochenende etwas ruhiger verbringen werden. Ihr Programm wird Mitte dieser Woche etwas stressiger und lebendiger sein. Deshalb werden Sie am Wochenende das Bedürfnis nach Ruhe und Einsamkeit haben. Merkur wird am 1. Mai in das Zeichen Zwillinge übergehen. Planet der Kommunikation Merkur ist im Zeichen Zwillinge stets sehr stark und versprüht eine effektive Energie. Deshalb werden Sie in Ihrer Kommunikation jeglichen geistigen Aktivitäten bezüglich dem Reisen, der Bildung sowie wirtschaftlicher Themen viel aktiver sein. Merkur wird eine ganze Weile, bis zum 8. Juli im Zeichen Zwillinge bleiben. Während dieser Phase, zwischen dem 19. Mai und 12. Juni, wird es eine Retro-Bewegung haben. Merkur wird in Ihrem 8. Haus fortschreiten und deutet darauf hin, dass Sie Ihre geistige Energie in Themen wie Geld, Einnahmequellen, die Sie mit anderen teilen und partnerschaftliche finanzielle Werte investieren werden und Leben in diese Bereiche kommt. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!